I'm only getting started Wollen wir so tun, als würden wir das erste Mal durchfahren oder sagen, dass es schon das dritte Mal ist? Hey, ich hätte gerne sagen können, dass es das dritte Mal ist. Nein, jetzt machen wir es so. Es ist das erste Mal. 1, 2, 3... Hey! Wir sind im Park! Schau mal! Nein, schau mal! Die Polizei kommt gleich raus, salut! Hey! Hoppa! Jetzt gehen wir ins Parkhaus, wie wir von Anfang an schon geplant haben. Jetzt fahren wir dann das vierte Mal durch. Achtung! Voila! Und zwar, jetzt machen wir irgendwie das Parking... Metro Parking Entrance! Aha! Mit dem Auto hat es natürlich jetzt wieder gewechselt. Das ist einfach ganz komisch. Du kommst dann da raus. Das heisst, wir sind dann mega nahe. Aber die Einfahrt ist natürlich an einem völlig anderen Ort. Also kommen wir nochmal auf. Warte! 3, 2, 1... Hey! Salut! Man! Und fahren jetzt links, nicht rechts! Zum Parking. Was machen viele falsch? Ich verstehe nicht wieso. Nein, es ist so simpel. Und dann musst du hier ein Ticket ausgehen. Aber nicht vorne fahren. Weiter fahren, doch. Es steht riesig weiter fahren. Aber mich lässt du hier nur ein Ticket ausgehen. Aber... Ah... ... ... ... ... ... ... Musik 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 Zum Glück machst du gerade selber Comedy Ja, wirklich! Nein, ich höre nicht Aber es ist... Ja, ja, es ist einfach die Erfahrung Perfekt Ja, Mann! Ja, Mann! Wir machen mal das Backstage Das ist für Kürchen Das ist in der Valdi Lola Cola, Lola Limo Schiff Schiff A few moments later Ich kann wieder denken Ja, wir müssen denken Wer hat sicherlich das Boma gehört Oder du seins Jetzt sag doch, welche Oh! Danke Schau mal, schau mal das dumme Lächeln Das ist ja schrecklich Schau mal, schau mal das dumme Lächeln Mach es nochmal Was? Das dumme Lächeln Meins? Ja Das ist eigentlich so Fernseh-Lächeln War Aber bei der Busse hat auch noch ein anderes Schau mal, da sieht er bei uns Schau mal wie so ein Junge Das ist irgendwie fünf Jahre alt oder so Cenk, bist du bereit? Ich weiß es nicht, im Fall Vier Minuten Was? Was? Okay Gut war es? Klatscht Hans Das ist perfekt Aufs Tischchen? Aufs Tischchen Setzen Sie mir Und das Glas Ja, ich mache wahrscheinlich egal aus dem Fläschchen Wirst du gut aus dem Fläschchen? Ja, ja Dirty Na? Das ist doch klar Ja, der Grixi Und das ist das Die, die Laodice Die 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 Untertitelung des ZDF, 2020